Hallöchen und Willkommen zurück zu Let's Play League of Legends Ranked Wir spielen Cassadin auf der Midlane gegen eine LeBlanc So viel weiß ich noch Und mein Ping erschießt mich gleich Was solls Wird schon gehen Was? Egal, Camera Lock wahrscheinlich So, wir skinnen die Q zuerst Und ich muss LoL Nexus dicht machen denk ich mal Bronze 2, Bronze 2, Bronze 3, Bronze 3, Silber 5 in unserem Team, im Gegnerteam Bronze 4, Bronze 2, Silber 5, Bronze 2, Bronze 3 Die Bronze Leute sind alle in der Promo Glaub ich Ernsthaft? Ja, wir haben in unserem Team Niederli auf der Toplane Oh Gott, Ping, was tust du? Gerade war er gut Kha'Zix im Jungle Kasadin Meine Wenigkeit Okay, es geht besser Braum kriegt jetzt auf die Fresse Was auch immer Wenn sie mich nicht da haben wollen, dann geh ich halt wieder Okay, ähm Ash als ADC Und Braum Nützlich im Late Game ist Ash erst Braum ist die ganze Zeit relativ gut Kasadin, keine Ahnung Ich hab ihn so Äh Lange nicht gespielt Oh Gott Der Chat wird wieder nichts Ja Hallo Jarvan Wie geht es dir? Was hast du dir gekauft? Zwei Pots und die Machete Standard Start halt Oh meine Minions sind da, sehr gut Dann schauen wir doch mal, was wir hier so machen können Ich bin, wenn ich es richtig weiß, Melee Ja Ich bin Melee Boom Anscheinend gibt meine Kuh mir ein Schild Okay Das ist interessant zu wissen Ach du Schande, das hat eine Mana Schleuder sehe ich gerade Das ist ja krank Okay Na geh weg du Aber hey Boarden wir doch mal oben rein Nein, verdammt Na komm her Na Was? Danke Ich weiß nicht welchen Skill ich als zweites nehmen muss Ich habe jetzt keine Zeit in meinen Guide reinzuschauen Ja Los ab du, jetzt kann ich in meinen Guide schauen Die weh, okay Was macht meine weh denn? Äh From the Void Bonus Damage Und noch mehr Damage Gut, gut Auf Level 3 dann nochmal die Kuh Für mehr Damage Okay, also Ist das ein Silence? Immer noch? Boah Cassadin ist ein Monster Habe ich das erwähnt? Dass Cassadin ein Monster ist? Der ist ein wahnsinniges Monster Was hat LeBlanc eigentlich gekannt? Ach, den Dorans Ring, okay Gut, gut Nee Cassadin ist so eine kranke Mana Schleuder Ich glaube da ist es tatsächlich besser die Flasche zu nehmen Also die ich jetzt habe Danke Guide Oh Gott Mein Minion Dann die E Na verdammt Verschlafen Die E wenn ich es richtig weiß Sorgt dafür, dass wenn Spells in meiner Nähe gecastet werden Oder von mir gecastet werden Ähm Okay Das ist gut zu wissen Oh Ich bin so tot Ich friss die Kugel Health Pot her Wir könnten die eh benutzen Ah verdammt Und der Gegner hat das First Blood Na Spitze Das schöne hier ist Ähm Cassadin Kann Im Late Game Oder beziehungsweise jetzt schon ziemlich hart Snowballen Das heißt Ähm Den Vorteil den ich habe Den ich haben kann Ziemlich krank ausbauen Soll heißen Wenn ich Einen guten Kill bekomme Und dabei nicht draufgehe Kann das für die ein großes Problem werden Das war ein Fail Das war ein ziemlich großer Fail Wir haben 900 Gold Was kauft man sich denn mit Cassadin Okay Okay Wir brauchen den Katalysator Wo ist Jarvan? Jarvan ist Top Lane Gut Dann kommt das Ding da hin Shen ist down Nieder allerdings auch Macht ja nichts Ich wollte eigentlich wieder Jorik spielen Auf der Top Lane Allerdings Wow Die macht aber ordentlich Schaden Jarvan hat keinen Flash Das ist ebenfalls sehr gut für uns Na ich geh da nicht weiter drunter Keine Chance Wir brauchen Nicht die Träne Wir brauchen Das Ding 1200 Die Gneit Die ist die richtige Okay Gut zu wissen Gut dass ich meine Gneit noch habe Und ich habe meine Ulti Und mir fehlt noch Gold Fuck it Komm Nein Gib mir das Geld Was ich brauche Ah Ulti hat mich gerettet Ziemlich krass sogar Ja komm Die 20 Gold warte ich eben ab Ja Sie kriegt also jetzt ihren Blubuff wahrscheinlich Äh Ne Ich bin viel zu langsam um hier überhaupt was zu machen Von daher lasse ich es einfach Es geht ja gar nicht Ich hätte mir vielleicht ein Wort kaufen müssen Sollen Und LeBlanc überlebt den ganzen Rotz auch noch Äh Egal Ash hat kein Damage Was du nicht sagst Ja ja genau Als ob der von Äh Fanatic ist Mhm Ich glaube auch Kann man ja ganz einfach feststellen Kann man ja ganz einfach feststellen Ich gehe davon aus dass ich relativ stark farmen kann Also das ist zumindest meine Meinung momentan von mir Zumindest für das äh Bronze Niveau So wir haben 36 Farben Die gegnerische LeBlanc hat 26 Das ist schon mal gut Und Ezreal hat Wuhu 45 Okay Er ist sehr viel besser in Farben als ich Level up Mein Ward ist down Hihihi Wir könnten den Drachen mal versuchen Das wäre vielleicht eine Idee Okay Kha'Zix ist viel zu low Hat der uns dann ein Ward reingesetzt? Ne hat er nicht Schade Wuhu Himmel Ping bitte Ah verdammt Das war dumm Nehmen wir ihn mal in die Flasche Wir gehen ein Stück zurück Nicht dass uns gleich ein Jarvan angreift Das ist eine Das Schöne ist Dann holen wir uns mal einen Blue Buff Vielen Dank für den Blue Buff Der wird uns helfen Wait What? Wir haben keinen Blue Doch wir haben den Blue Buff Den sieht man nur nicht so gut Hihihi Das Schöne ist Wow Jetzt hat LeBlanc ziemlich Unter unseren Tower gepusht Das heißt die ganzen Minions kann ich jetzt abgrasen Ich kann leider nicht teleporten Und ich weiß auch nicht welchen Skill ich als zweite Maxe Ich nehme also die E Okay Achso sie ist unten Okay Dann wollen wir mal Ash wird nicht überleben Go, go, go Komm, komm, komm Wo ist die Sau? Komm her Komm her du Sau Okay dann Dann lassen wir das ganze doch Tschüss Verdammt Jump der drüber? Jawoll Auf geht's zu joben Hihihi Das war perfekt Ah verdammt Ah verdammt Ich hätte die 2 noch skillen können Na was soll's Okay wir gehen weg Wir haben mehr als genug Kohle Oh da ist eine LeBlanc Und sie ist tot Tote Ash Kaufen wir uns das Wir kaufen uns Boots Zwei Tränke Ward und Ach du Scheiße wir kriegen alles Geil ist das denn bitte Okay wir sind Level 9 Sie ist nur Level 8 Und sie ist uns glaube ich Unterlegen Wenn ich das richtig sehe 77 zu 99 Ja Wir führen Zumindest ein bisschen Sobald wir In einer halbwegs vernünftigen Position sind auf der Lane So wie jetzt Zünden wir mal das Elixier Her mit dem Damage Das war ein schöner Treffer Und sie hat ihre passive gehauen Oh Und ich habe auch noch auf den falschen geschossen Nicht gut Na was soll's Ich habe gerade gar keine Ahnung über Von meinem Blubuff Von meinem Blubuff Äh Kai ist tot? Nein Wider ist tot Ich brauche Gangs Haha Nein wir haben keinen Blubuff mehr Schade Na ja macht nichts Ich habe da was gesehen Ah Da ist Pink Ward Macht das mehr Damage hier? Nein Doch Ah hallo LeBlanc Was war das denn? Nein Die die Top Lane gerade auseinander gerissen haben Ok Ok der Top Push ist Ah Sie hat sich verraten Ok Egal wir haben ihre passive wieder raus gehauen Das reicht mir eigentlich Jupp 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 Ok Trank rein Hallo LeBlanc Oh dieses Spiel Gefällt mir jetzt schon wunderbar Muss ich sagen Muss ich sagen Upala Na Jetzt Genau nie da wurde doch mal Ich denke mal dafür verliert sie jetzt den Tower dafür dass sie oben war Ja Ja Komm LeBlanc versuch's Ah Nicht gut Hohoho LeBlanc LeBlanc ist ganz schön mutig teilweise Na ja da geh ich jetzt nicht hoch Ist mir zu äh risky Keine Chance Geh nieder Unser Tower ist down Board Lane Achso ne sie ist immer noch da Ok Hallo Treffer Das ist das Schöne an Kasadin Das ist das Schöne an Kasadin Man kann praktisch engagen und Oh Hi Verdammt Wuhu Geht doch alle weg Gegen drei Leute kann ich nicht viel ausrichten Wir holen Sonjas So Braub was tust du Wuhu Das war nicht so schön Jetzt hat der Kerl nämlich meinen Blubuff Das ärgert mich richtig This is why I don't like Ash Viel Viel Zu Glücksabhängig Good Champ Na los Mach den Drache Ok was solls Auf sie sie haben uns eh gesehen Danke für den Leash Na komm Smite den Ne sie haben den Drachen Schade Dafür bezahlen die jetzt Auf wieder tschüss Das war die Rache dafür Ok Bloß nicht ab Schade Dafür nehme ich jetzt ein Ding mit hier Raum Ich hätte dich dafür umgebracht Glaub mir Äh Was tust du Hallo Ich mach dem ja gar keinen Schaden Wieso mach ich dem keinen Schaden Der hat nur 60 Magi Resistenz Nope 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 Ach du heilige ich hau hier ab Komm schon Komm schon Das war dumm von mir Na ja Ok Das war sehr blöd von mir Hätte ich Wäre ich da nicht reingegangen Hätte ich nur auf KZX gewartet Und auf Braum eventuell Ähm Hätte es da richtig Aufs Fressbrett gegeben Für die Gegner Leider war dem nicht so Leider war dem nicht so Ich tausche das Ding jetzt mal aus hier gegen eine Linse Das geht ja gar nicht Muss ich mir halt ein Wort kaufen Geht doch weg Geht doch weg Was an geht doch weg Versteht der Kerl nicht Egal Ok wir sind da Zack Das war ein Treffer Engage Engage He died Hallo Geht da weg Nein nein Wir gehen weg Wir haben Jar... Wir haben Jarvan gekillt Das reicht Jarvan kill ist eine gute Sache Eigentlich Natürlich nehme ich den blue buff Was war das denn bitte Hallo Blitzcrank Naaaa Das war jetzt Die haben zwei starke Tanks Ah ok Er wurde Moment Die hat 2,6 Die... Ach du Scheiße Die war gerade Besuch Ok Hu 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 Was sollte das Na was solls Oh Hallo Jarvan Oh hallo Jarvan Chain ported Verdammt Da wurde ich noch getauntet Das ist nicht so schön Aber hey Ich habe den kill für Jarvan bekommen Schon mal relativ gut Wissen zu hellfarben Niederli eigentlich die ganze Zeit noch top Könntest du backporten Jetzt weißt du nämlich dass du da bist Das ist die richtige Ja wenn wir ins Mitte Ordentlich verkacken So wie es aussieht Haben wir ein großes Problem Farmen ist eine schöne Idee Okay Oh wait Hier wollte ich hin Blitzcrank Jarvan ist auf Da ist der Leblanc Oh wait Blitzcrank Jarvan ist auf Top lane Da ist der Leblanc Da ist der Leblanc Ok Glück gehabt Oh Hi Uh Das hat Damage gemacht Nö nö Treffer Rein Einfach weiter gehen Einfach weiter gehen Oh sie ist tot Aber ich jetzt auch Schade Wir haben Sonjas Jetzt Give it Auf a free Spray Ja Nur Ähm Ok Was kaufe ich mir denn jetzt Hm Ich überlege gerade Ich glaube ich hole mir einfach die Todeskappe 4 Rabadon Zack Rein damit dann Ok Ich habe 130 Min Nidalee hat 170 Heilige Leblanc ist Ja Ziemlich nutzlos gerade Rein damit Geht er weg Geht er gar nicht da Ok Wir haben blubuff und wir haben Sonjas Keine wards Gut Ach du heilige Nein Den Javan habe ich da im übrigen gesehen Gehen Ja haut alles rein ich bin einfach raus Schade Ach schade Und wir all died Ja Ja ne 26 Ash ist schmerzhaft Ja ne 26 Ash ist schmerzhaft Ja ne 26 Ash ist schmerzhaft Engage Kommt zurück Kommt zurück Kommt zurück Oh jawoll Wieso wusste ich das dass sie das macht Die Unterscheidung Ja ne 36 Ash ist schmerzhaft Ja ne 36 Ash ist schmerzhaft Ich gehe jetzt Entschluss Entschluss Okay Okay, machen wir Baron Allerdings sollte ich nicht tanken Hat Ash gerade ihre Ulti da reingeklopft Wir verschwinden hier Ganz schnell Sneaky, sneaky So Dafür haben die jetzt einen Drachen Was Wir haben Baron Wir haben Drei Drachen Nein, nein, nein Da bleibe ich nicht drin Oder doch Die hat er Das war dumm Von uns Sehr, sehr, sehr Oh, verdammt Ace ist absolut schlecht Ja Also Ace ist praktisch Viel zu greedy Kamera, könntest du aufhören gelockt zu sein? Der wagt schon wieder Okay Bleiben wir halt hier im Sichtfeld Ich würde gerne hier hingehen Oder hierhin Oder dahin Aber Die Kamera sagt sich gerade nö Na gut Was? Ach du Schande Okay Okay All mid Hallo Vergiss es nieder Der ist mir Der ist mir Das war schlecht Und ich muss mir unbedingt Worts kaufen Oder wir werden sterben Okay Unser Debitor ist in 15 Sekunden Spätestens wieder da Warum hast du da Okay Da ist er wieder Ich brauche mehr Kohle Ohne Kohle kann ich jetzt nichts mehr machen Und sie ist tot Das ist ein Shen Das war ein Shen Der dahin geportet ist Ach komm So Ash Könntest du mich farmen lassen Was? Oh Gott I'm out Ich bin doch noch geportet Also ich hab die Animation noch gesehen Und gehört Aber Irgendwie wollte sie nicht Braum Hau ab da Die haben doch da garantiert drin Nen Ward Nen Ward Drin Gedings Okay Jetzt gibt es auch Fresse Na warum Hat doch funktioniert Jarvan scheint aber bis jetzt Keine Ulti zu haben Wie spielt Jarvan eigentlich Bisschen arg tanky oder Okay doch Oh mein Gott Das war knapp Ich habe überlebt Aber Das Problem ist Mein Sonjas Nicht Sennjas Mein Sonjas hat nicht so gut funktioniert Also es hat funktioniert Aber Es ist Never Ich werde nicht aufgeben Dafür habe ich gerade zu viel Spaß mit Castellin Ohne Scheiß Moment Weg damit Alles Was macht er Geht Solo rein No 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 Wir haben kein Geld Wir haben ein Riesenproblem Weil wir kein Geld haben Meins Okay Wir könnten Uns jetzt die Rabadon Den die das Rabadons kaufen Vergiss es nieder Meiner Leute seid ihr bescheuert Geht doch da nicht rein Nein Braum Wow Mein Pinger hängt sich gerade wieder Sehr gut Hoffentlich kriege ich bald eine neue Leitung Das geht ja gar nicht hier Aber ich kann mir recht gut vorstellen Woran es liegt Wenn ich nämlich zocke Und Jemand anders Hier anfängt Videos zu streamen Filme zu streamen Funs hat nicht mehr so gut So was kaufe ich mir Was kaufe ich mir Ich bin Boah Braum Wie dumm Bist du eigentlich Ganz ehrlich Wir pingen tausendmal weg Interessiert ihn Hau Da Ab KZX kann das Ding Ich geh da jetzt rein Lasst mich alle in Ruhe So bitte Dankeschön Wie did Das war sogar Halbwegs gut Was Wow Das war Schlecht gemacht Gut job Geh doch nicht da oben Bist du bescheuert Doch nicht oben in den Tower rennen Das war auf jeden Fall sehr gut Mein Sonja ist noch 40 Sekunden auf Cooldown Das ist nicht so schön Können wir uns ein Dingens leisten Oder Was kann das eigentlich Wenn ich das aufrüste Wir haben also 10 Sekunden Oracles Gut Wir haben Ja Tatsache Wir haben auch Baron Nice Allerdings gut Mir bringt er nichts Weil ich hab ihn nicht Ich bin nämlich tot Ähm Nee Gar den Angel Ist das Hat Top Priorität Jetzt gerade Das verkaufen Den Mantel kaufen Hat 500 AP inzwischen 525 Er hat ein bisschen mehr AP Als ich Ja Wards werden gut Rennt doch nicht alle rein Seid ihr irre Meiner Blitzcrank hat kein Flash Treffer Raum hätte ne Ulti Das Ja Jetzt geht's rein What Ich hatte ja noch nicht mal mehr Zeit Ich hab's gespammt Aber es hat nicht Funktioniert Ja Es ist nicht so schön Für uns Ja Was treibt Der beiden da Haut ab Dieser Jarvan Wird euch jetzt Nämlich alle vernichten Ich weiß das Ich spiel oft genug Jarvan Ich weiß das Der vernichten kann Ich weiß das Der das sehr Sehr gerne tut Go Cars X Go Cars X Sehr gut Go Cars X Go Car Nice Sehr schön Nein Keine Flag Ja mit der Flasche Wir brauchen das jetzt Wir müssen das gewinnen Wir haben gerade so schön Viele Punkte Haben wir Haben wir den Wir haben den Drake Wir haben den Vierer Drake Ist doch nichts mehr Leblanc Ist wieder da Ja Soll ich weg. Mamma mia ich bin so tot naja habe ich überhaupt irgendwas erreicht hier das werde ich wahrscheinlich beim schneiden sehen mich kaputt drüber ärgern dass ich irgendwas hätte besser machen können oder sonst wie das weiß ich jetzt schon ja wir sollen es spielte eigentlich oder ja sind ablose aus ach braun hat doch endlich mal den zeit so respekt k6 hat auch sein elixier angeschmissen das rote bohr gott das rote das tut richtig weh ja und jetzt die frage ist kauf ich mir home guards oder warte ich lieber einfach dass ich die dinge jetzt bekomme durch cola ich glaube was tust du denn da jedoch raus jetzt wenn es real tot ist haben wir bessere chancen ok ok dann machen wir doch mal ich werde hier jede wette gleich auf leblanc stoßen doch nicht weiß das schöne ist nämlich wir sind im teamfight definitiv besser ich bin so tot jetzt jede wette doch doch ich weiß nicht die lex kommen aber gerade richtig schlecht also vom zeitpunkt her lass mich zu langsam auf der 2 ok gar den angel hamper holen wir uns das und als letztes item holen wir uns ach ja den voilster könnte man auch noch nehmen hm eventuell ne idee den da wir thronen das gerade das ist so hart wir waren relativ weit also wir haben den tower soweit ja 700 das sind 4-5 hits es real ist immer noch da und der will alles vernichten tötet ihn doch tötet ihn doch jetzt hat er ein problem nice oh nicht in all ok wir können gleich das buch von den boys darf kaufen sobald wir wieder leben ich habe live steam ich habe live steam ich dachte jetzt ehrlich daran dass sie live stream hat aber egal wie spielt es eigentlich was hat es gerade weiterhin außerdem wenn du du dich bist du bist du du bist bist du bist du du bist du Nein, 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 hallo, auf wieder tschüss Okay, das sieht sehr gut aus Nice Das war wunderschön Flawless Victory, wer oder wer, naja, fast, ne Okay Wow Na ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dahin